Hallo, Schiraffe. Wie geht's dir? Gut. Wie geht's dir, Löwe? Gut. Ach, so ein herrlicher, sonniger, schöner Tag. Genau. Was machen wir? Keine Ahnung. Ich will heute nämlich meine Omi besuchen. Ah, gut, dann gehen wir gemeinsam zu deiner Oma. Äh, da ist ja ein Wurm. Äh, geh weg, geh weg. Ach. So, super. Also, gehen wir weiter. So. Eine riesige Feder, nein. Von welchem Vogel ist die denn? Ich hab keine Wurstahnung. So, jetzt haben wir die Feder gleich weg. Wir haben die Feder gleich weg. Ja. Bei einem super speziellen Staubsauger. Ja, ja. Wir haben es geschafft. Ja. Wir haben es geschafft. Jetzt sind wir aber da, wir sind jetzt bei, da bei meiner Oma. Nein, jetzt ist noch ein riesiger Barmstein im Weg. Oh je. Oh nein. Wir springen drüber. Ja. Los. Und nun ist die Geschichte aus... ...